Hallo, mein Name ist Christina und willkommen zum ersten Mastery-Video. Wenn du das Intro-Video gesehen hast, weißt du, was das Ziel dieses Videolein-Zyklus ist. Und zwar wollen wir diese beiden Rechnungen lösen und das werden wir heute machen. Im zweiten Mastery-Video zeige ich dir, wie du mehrere Zahlen zusammen adierst und subtrahierst. Fangen wir an mit 32.893 plus 63.536. Wenn dir das Verdienen schon leicht fällt, kannst du es gleich alleine probieren. Drück dafür auf Pause und kontrolliere im Anschluss dein Ergebnis. Wenn du noch etwas Hilfe brauchst, machen wir es einfach zusammen. Das ist gar kein Problem. Wir schreiben die beiden Zahlen wieder stellenwertrichtig an und machen einen Rechenstrich darunter. Wir müssen wieder etwas Platz zwischen dem zweiten Summanden und dem Rechenstrich machen. Wenn du willst, kannst du wieder ein Plus vor den zweiten Summanden setzen, damit du genau weißt, was zu tun ist. Wir beginnen mit den Einerstellen. 6 plus 3 ist 9. Deswegen ist die Einerstelle das Ergebnis der Neuner. Du kannst natürlich auch wieder 3 plus 6 rechnen. Das ist ja egal, weil das Kommutativgesetz gilt. Das heißt, du kannst von oben nach unten rechnen und von unten nach oben. Ich rechne jetzt immer von unten nach oben. Jetzt schauen wir uns die Zehnerstellen an. 3 plus 9 ist 12. Wir sind jetzt in der Zehnerspalte. Das heißt, es sind 12 Zehner. 12 Zehner bestellen aus einem Hunderter und zwei Zehner. Das heißt, die Zehnerstelle das Ergebnis ist der Zweier. Und den einen Hunderter müssen wir in die Hunderterspalte schreiben. Jetzt schauen wir uns die Hunderterspalte an. Den einen Hunderter von vor müssen wir mitnehmen. 1 plus 5 plus 8. Das ergibt 14. Jetzt sind wir in der Hunderterspalte. 14 Hunderter sind ja auch 1 Tausender und 4 Hunderter. Deswegen ist die Hunderterstelle das Ergebnis. Der Vierer und der 1 Tausender kommt in die Tausenderspalte. Jetzt schauen wir uns die Tausenderspalte an. Der eine Tausender kommt mit. 1 plus 3 plus 2 ergibt 6. Deswegen ist die Tausenderstelle das Ergebnis. Der Sechser. Jetzt schauen wir uns noch die Zehntausenderspalte an. 6 plus 3 ergibt 9. Deswegen ist die Zehntausenderstelle das Ergebnis. Der Neuner. Daraus folgt, dass das Ergebnis 96.429 ist. Wenn du es allein gerechnet hast, super. Und wenn nicht, ist das gar kein Problem. Du kannst dir das gerne noch einmal anschauen und die ganzen Rechnungsstritte nachvollziehen. Weiter geht's mit der Subtraktion. Wie viel ergibt 79.776 minus 135? Wenn du willst, kannst du diese Rechnung alleine lösen und am Ende schauen, ob dein Ergebnis stimmt. Wenn nicht, machen wir es einfach zusammen. Wir schreiben die beiden Zahlen. Zuerst stellen wir es richtig untereinander und machen einen Rechenstrich darunter. Da wir subtrahieren, brauchen wir das Minus, nehmen wir Subtrahenten. Wir haben zwei verschiedene Subtraktionsverfahren kennengelernt, und zwar das Ergänzungsverfahren und das Abziehverfahren. Ich benutze heute das Abziehverfahren. Fangen wir an mit den 1er-Stellen. 6 minus 5 ergibt 1. Deswegen ist die 1er-Stelle des Ergebnis der 1er. Dann schauen wir uns die 10er-Stellen an. 7 minus 3 ergibt 4. Deswegen ist die 10er-Stelle des Ergebnis der 4er. Nun schauen wir uns die 100er-Stellen an. 7 minus 1 ergibt 6. Deswegen ist die 100er-Stelle des Ergebnis der 6er. Der Subtrahent hat keine 1000er-Stelle mehr und auch keine 10.000er-Stelle mehr. Das heißt, es wird nichts mehr abgezogen. Daher kommt der 9er vom Minuenden in die 1000er-Stelle des Ergebnis und der 7er vom 110.000er-Stelle kommt in die 10.000er-Stelle des Ergebnis. Daraus folgt, dass 79.776 minus 135 gleich 79.641 ergibt. Nun zeige ich dir eine Subtraktion, die etwas kniffliger ist. Und zwar 43.025 minus 8.436. Wenn du willst, kannst du es zuerst alleine probieren und schauen, was dir rauskommt. Wenn du dich noch nicht so sicher fühlst, machen wir es einfach zusammen. Das ist gar kein Problem. Wir schreiben die beiden Zahlen. Zuerst stellen wir es richtig untereinander und machen einen Rechenstrich darunter. Da wir es subtrahieren, brauchen wir das Minus neben dem Subtrai-Händen. Ich wende bei der Rechnung jetzt das Abziehverfahren an und fange an mit den Einer-Stellen. 5 minus 6 ist in der natürlichen Zahl nicht lösbar. Deswegen brauchen wir uns einen Trick von Basic 2. Wir haben im Minuenden zwei Zehner stehen. Ein Zehner besteht aus 10 Einern. Das heißt, ich kann zu meinen 5 Einern einen Zehner dazuschreiben und streiche dafür einen Zehner weg im Minuenden. 15 minus 6 ergibt 9. Deswegen ist die Einerstelle das Ergebnis der Neuner. Jetzt schreibe ich mir die Zehnerstellen an. Ich habe noch einen Zehner im Minuenden, das heißt 1 minus 3. Diese Rechnung ist in natürlichen Zahlen wieder nicht lösbar. Deswegen brauchen wir wieder unseren Trick. Ich habe im Minuenden aber 0 Hunderter. Dafür habe ich 3 Tausender. 3 Tausender sind ja auch 30 Hunderter. Das heißt, wenn ich einen Hunderter zu den einen Zehner dazuschreibe, habe ich im Minuenden noch 29 Hunderter. Das 29 Hunderter sind 2 Tausender und 9 Hunderter. 11 minus 3 ist lösbar und ergibt 8. Deswegen ist die Zehnerstelle das Ergebnis der Achter. Jetzt schreibe ich mir die Hunderterstellen an. Ich habe 900 im Minuenden minus 400 im Subtreienden. 9 minus 4 ergibt 5. Deswegen ist die Hunderterstelle das Ergebnis der Fünfer. Jetzt schreibe ich mir die Tausenderstellen an. 2 Tausender Minuenden minus 8 Tausender im Subtreienden. Diese Rechnung ist in natürlichen Zahlen wieder nicht lösbar. Deswegen brauchen wir wieder unseren Trick. Ich habe 4 Zehntausender Minuenden. Das heißt, ich nehme einen Zehntausender und schreibe jetzt den Zweitausender dazu. Wenn ich das mache, muss ich aber einen Zehntausender wegstreichen. Das heißt, ich habe noch 3 Zehntausender Minuenden. 12 minus 8 ergibt 4. Deswegen ist die Tausenderstelle das Ergebnis der Vierer. In der Zehntausender Spalte habe ich nur noch den Dreier vom Minuenden. Und ich ziehe nichts mehr vom Subtreienden ab. Deswegen schreibe ich den Dreier einfach in die Zehntausender stelle das Ergebnis. Und daraus folgt, dass das Ergebnis 34.589 ergibt. Wenn du dich jetzt fragst, wie du mehrere Zahlen adierst und subtrahierst, schau dir das nächste Mastery-Video an. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und freue mich, dich bald wiederzusehen. Bis bald! Tschüss!